Musik 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 viele von euch möchten gerne wissen wie man eine 360 grad kamera unter eine drohne montiert und das auch gerne wissen deswegen habe ich verschiedene befestigungsmöglichkeiten ausprobiert auf englisch mounts for 360 cans verschiedene befestigungsklemmen für die drohnen ausprobiert ganze jahr lang mit verlängerung extension so dass die schwingungen aufhören pendulum from the oscillations fangen wir mit der mavic an die ersten aufhängungen der mavic sahen so aus das war diese hier die musstest du hier oben drauf klenden ausprobiert hält nicht gut schwingt schwingt kann ich nicht empfehlen die zweite die ich ausprobiert habe die ist von dgimounts.com von jean marie curry die wurde hier so drüber geklemmt die habe ich ein bisschen modifiziert und damit haben wir das bild von oben aufgenommen die ist leider kaputt gegangen als ich ein crash hatte deswegen habe ich auf der mavic einfach das ding hier oben aufgeklebt und da kann man einfach den himmel aufnehmen um die drohne herausrechnen zu lassen diesen müsst ihr nehmen von dgimounts.com der ist am stabilsten jetzt unterhalb auch hier gibt es im internet verschiedene anbieter habe ich alle ausprobiert und komme zu dem ergebnis dass die befestigung die mounts vom jean marie curry von dgimount.com einfach am leichtesten zu montieren sind abzumontieren am sichersten und auch gegen schwingung hat sich was ausgedacht this is against the dampening module against the oscillations coming from the motors what's good mount this you can lock this here and now you need a mount adapter for the camera here is another one here is one gopro mount plug it in stecken rein hier und fertig ist dann eine aufhängung für die kamera mit der gopro oder mit der insta so kann man wieder abmachen ich benutze die nicht sondern ich habe verschiedene schwingungs und koppler für verschiedene kamera gewichte das sind normale gopro dämpfer von der p3 und von der p2 hier so 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 ist von der inspire hier die dampfung der busber zurzeit benutze ich diese hier für die insta 360 1x die benutze ich zurzeit mache ich euch noch einen link wo ihr das bestellen könnt Doppeladapter ganz einfach zu machen jetzt kommen wir zur p4 das sind die dusseligen auffängung für die kameras taugt überhaupt nichts kommt aus china bricht sofort ab und nochmal abgebrochen ist schrott wunderbar genauso diese hier kaputt gegangen auch schrott hier so eine als reserve probiere ich gar nicht aus sondern wir müssen dieses material haben mache ich euch einen link bei amazon rein und dann musst du die schwingung für die kamera wieder entkoppeln dies ist das original teil das hier mit dran hängt und wenn du das bestellst das habe ich auch ausprobiert hat nur drei aufhängungen vier sind besser und die sind etwas härter hier die Gummis also ein bisschen kreativität ist am tag zu legen jetzt habe ich noch eine anfrage wie man die über die gopro über die gopro schwingungsfrei unter die p4 bekommt das machen wir jetzt noch mal mal gucken ob man die schwingungsfrei aufbauen können das erste mal fährst du mal die k4 hoch das ist ein controller das ipad an das ist ein controller wenn man schon starten jetzt kürzen wir erstmal das geht gar nicht ab das verlängern wir mal das stück Interschrauben. Schwingt ja so schön, wie du siehst. Je länger das Pendeln, desto größer die Kraft zum Schwingen. Jetzt starten wir mal und gucken, ob das stabil ist. So, guckt euch das mal an hier. Schwingt ein bisschen. Die 4 kann das ausmarieren. Das gleiche nochmal etwas kürzer. Das ist ja auch viel Gewicht, das er mitschleppen muss. Dann wird die Batterie natürlich immer umso kürzer. Jetzt kürzen wir das Stück noch ein bisschen. Dann gucken wir mal, ob die Schwingung zurückgeht oder stärker wird. Du kannst natürlich auch Kunststoffverlängerungen nehmen. Jetzt machen wir mal etwas kürzeres Modul da dran. Und dann gucken wir mal, weil mit der One X pendelt es ja sowieso nicht. Aber die GoPro ist ziemlich schwer und da pendelt das manchmal. So, Start Nummer 2 mit einem kürzeren Pendel. So, jetzt schwingt es genauso. So, hat aber weniger Gewicht. So, jetzt kommt ein bisschen. So, jetzt schwingt es genauso. So, jetzt schwingt es mal. Das war es, was ihr wissen wolltet. Das wird verlinkt, das wird verlinkt, das gibt es überall und dann schicke ich euch auch noch einen Link auf das und das. Ihr könnt das bestellen und dann müsst ihr aber vorsichtig mit der Goethe P4 fliegen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.